Wundervolle Wohlfühlzeit hier bei Gentle Voice ASMA. Das mache ich hier nur den ganzen Tag. Das heißt, Zeitwäschel, nur hier. Dieses niedere Geschmeiß, Alter, wo man sich immer abgeben muss. Und dann machst du heute Abend noch so Interessantes. Nichts Interessantes, ne? Na gut, dachte ich mir schon, dass da nicht viel passiert. Oh, guck mal, wer da kommt. Da habe ich ja gar nicht mehr mit gerechnet, dass die sich hier nochmal blicken lässt nach dem letzten Termin. Oh, tatsächlich, die kommt rein. Ja, hallo, guten Tag. Mit Ihnen haben wir hier gar nicht mehr gerechnet. Gibt es keine anderen Make-up-Profis hier in der Stadt? Gut, also ich weiß nicht, ob wir Zeit haben. Oh, sie haben einen Termin. Warum sagt sie mir denn nichts, dass die Alte kommt? Jetzt haben sie einen Termin. Also, bei mir ganz bestimmt nicht. Also, sind sie wie masochistisch veranlagt oder... Warum, 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 warum? Also, ich muss mal eben in mein Terminbuch gucken, ja. Also, ob ich heute noch für sie Zeit habe. Muss ich jetzt erstmal ganz, ganz langsam nachschauen. Vielleicht muss ich so lange schauen, bis der Termin vorbei ist. Wie war denn Ihr schrecklicher Name nochmal? Komm, ohne dass ich mir den nicht gemerkt habe. Wie viel Uhr? Keine Ahnung, wo meine Kollegin das eingetragen hat. Also, zumindest nicht in meinem Terminbuch. Na gut, ähm... Du sagst, das stimmt. Die Frau hat einen Termin. Ich wollte gerade sagen, die Alte. Aber so bin ich ja hier nicht, ne. Was soll denn gemacht werden, Schätzelein? Du brauchst ein passendes Make-up für jungen Gesellen in Abschied. Wer heiratet denn? Vielleicht kenne ich die. Sie. Wie haben sie das denn geschafft? Kann ich gar nicht glauben. Ja, sie brauchen gar nicht so im Part gucken. Ja, da haben sie aber nochmal Glück gehabt, ne. Heute Abend schon. Naja, morgen bringt es ja nichts. Das wäre ja Quatsch, ne, wenn ich Ihnen heute Make-up mache. Und morgen ist der Junggesellen in Abschied. Ja. Irgendwelche Pläne, Wünsche. Glitzerig. Bisschen peppig. Nicht so wie an der Hochzeit. Oh Gott. Ich muss erstmal eben kurz gucken, was ich mit ihrer Haut mache. Sie sehen nichts. Ich weiß nicht. Was haben sie gemacht? Ihre Poren sind so groß wie Krater. Am liebsten würde ich mir Handschuhe anziehen. Ich traue mich gar nicht, ihre komische Haut anzupacken. Sie ist so großbohrig und ledrig. Ganz, ganz schlimm. Da muss ich mir echt was einfallen lassen, um da ein, ja, einigermaßen feines Hautbild hinzubekommen. Dass sie sich hierhin trauen. Meine Güte. Ja, aber ich kann auch nichts dafür. Ich kann nur bis zu einem gewissen Grad aushalten und mich zurückhalten. Kennst du mich, ne? Es geht einfach nicht. Oh, ich kann mit den Dingern nicht arbeiten, ne? Hast du gutes Desinfektionsmittel da? Hast du? Na gut. Na gut, ich muss da mal so durch. Ich gucke nochmal eben ganz kurz. Beim letzten Mal mussten wir ja schon so eine Maske auftragen, ne? Sie waren ja anscheinend ganz zufrieden, sonst wären sie dann nicht wiedergekommen, ne? Also die T-Zone sieht bei Ihnen wirklich verheerend schlimm aus, wie ich das jemals schaffe. Ich meine, ich bin voll Profi, ich gebe echt alles, ne? Aber gut, in ein paar Stunden sind sie eh so breiter. Oh, kriegen sie eh nichts mehr mit. Na, ich gucke mal, was ich mache. Hör mal, ich nehme das mal, ne? Also unsere Primer schaffen das nicht, so ein schönes Hautbild hinzubekommen. So, doch, mach das jetzt, ne? So, ne, pssst. So, ich habe hier ein ganz schönes, neues, pflegendes Produkt. Der hat die Seasaw oder Body Scroo? Also das ist jetzt ein sehr, also ein sehr neues Produkt. Ein, ja, Produkt, das ist ein bisschen körniger. Diese Körner setzen sich schön ab in die Poren, pflegen die Haut und ja, machen natürlich, geht gar nicht anders, ein schönes Hautbild. Duftet ganz hervorragend nach Mango und Kiwi. Ne, ich lasse sie nicht riechen. Vielleicht riechen sie gleich was auf der Haut. Ach, ich glaube, ich ziehe eine Hand schon mal eben an, ja, also. Ich ekel mich jetzt schon wieder. So, noch für den Primer, na, für die Primer Pasta. So, noch für den Primer, na, für die Primer, na, für die Primer. Dann stelle ich die, dieses Primer-Peeling-Gedöns in die Haut ein. Nein, oder gut, ich sage, ich bin im Moment schon viel zu teuer für sie. Tsppl, 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 tsppl. Tsp, tsp, tsp. So. So. Hier nochmal ein bisschen und da nochmal ein bisschen. Oh, mein Hammer, ich muss das einhämmern, glaube ich. So. Meine Güte, haben ihr Leben lang nicht viel gemacht mit ihrer Haut, ne? Gut, das sollte mal reichen. Ne, 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 das spülen wir nicht ab. Kann ich jetzt endlich mal mit dem Make-up anfangen, dann gebe ich mir immer nicht so viel Mühe, da kriegt die E-Ner-Nex, mein Freund. Ja, wird bestimmt fleißig gesoffen heute Abend, ne? Ja. Finde ich nicht gut, aber kann es ein bisschen nachvollziehen. So, mega. Extrem. Deckend. Komm, mutter, mutter. So, nochmal Stellschätzelein. So, die Nase. Schön die Nasenflügel, ne? Alles mal mitnehmen. So. Prima, perfekt sieht das aus. Also so perfekt, wie es halt nur geht, ne, bei Ihnen. So leicht, perfekt. Lach doch nicht so da hinten. Ne, ach doch nicht wegen Ihnen, meine Güte. So wichtig sind sie nicht, ne? Das haben wir schon mal, ne? Gut, ne. Kann ich alles entsorgen gleich. Super. Erstmal ein paar Euro draufschlagen auf den Preis. So, haben Sie schon mal überlegt, welche Farben und so? Was ziehen Sie an? Erzählen Sie mal. Puder, wo ist der hier? Sie haben sich alle die gleichen T-Shirts machen lassen für den Abend. Okay. Bisschen Puder, na, zum Mattieren. Hier schwitzt ihr gleich ewig kleine Schweinchen, wenn ihr da am Rumdänzen und Feiern seid. Aber trotzdem, na, mal so ein bisschen, kann man ja machen, ne? Sind Sie ja gar nicht gekommen, aber... Wobei, wäre ja schöner gewesen, wenn Sie nicht gekommen wären. Ach, egal. Lassen Sie uns nicht nochmal damit anfangen, meine ich. Verdammt. So, bist gemantiert, ne? So. Boah, wann hältst du denn? Bisschen Konturing. Darf man auch so ein bisschen Tief in ihr Gesicht kriegen. Bisschen Ausdruck. Oh, jetzt kriegst du das Scheiß-Ding nicht, aber verdammt nochmal. Gut. Dann haben wir das. So. Ich hab hier meine Pinselkiste. Millionen, äh, hunderte von Pinseln. So. Gut. Man hat's mal bitte einen Fischmond. Ach, brauchen Sie gar nicht, ich seh's auch schon. Ich geh nochmal hier so, ich kontur rum, ne? So, am hr-satz. Das sieht so aus, wie bei Ihnen am Kopf. Ansatz meine ich, nicht hr-satz. Das sieht so aus, wie bei Ihnen am Kopf ist, wie bei Ihnen am Kopf ist, wie bei Ihnen am Kopf ist. Na? So. Das hätten wir jetzt. Kommt noch ein bisschen Blasch, Blasch, Blasch auf Ihre Wangen, Ihre. Habe ich dieses für Sie viel zu schöne Produkt. Ganz süßer Blasch. Ja. Mit, schauen Sie mal. Mit deinem süßen, mit deinem süßen, mit deinem süßen, mit deinem süßen Quast, 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 Puffertje. So. Kann ich kompakt mit meinen Griffeln. So, reicht. Sie werden dann, naja, durch den Alkohol wahrscheinlich genug Farbe kriegen, ne? So. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen highlighten. Da habe ich hier, Sparkels of a Joy. Schauen wir mal, ne? Schnell fertig werden hier, meine Güte. Ich bin bekloppt. So. Puh. Keine Pinsel mehr hier. Passt. Egal, krieg ich hin. Hier mal so, na. Auf den Wangen noch, meine ich. Sie wissen schon, was ich meine. Muss ich nicht mal alles genau hier erklären. Mein Gott, ne? Jetzt geh ich nochmal hier auf die Nasenspitze und hier mal so. Ja, auf dem Lippenherz kurz ein bisschen. Auch wenn es nicht viel bringt, aber ich versuche wenigstens, ein bisschen was aus innen herauszuholen, ne? Mein Gott, das ist das Schwerste bei dir und das bei dir in Temperatur. So, Mädels. Das kommt gleich. Jetzt gucken wir mal eben nach der Eyeshadow-Palette nach. Nach den Farben, die ich für sie benutzen soll. Also, erstens, die Palette. Das ist von Catrice. Das war aus einer Weihnachts-Edition, vorletztes Jahr oder so. So, die Farben sind es. Dann haben wir hier Glitzer und hier auch nochmal Glitzer. So ein bisschen, ja, nude-peechy-mäßig, ne? Das wäre was, wenn sie was auffallenderes haben möchten von der Farbe. Mein Gott, ey, ich schweig mich tot. Habe ich für nix hier. Nix Ultimate. Ja, so eine schöne Palette, schön knatschig, bunt. Krieg ich auch grad nicht auf, dann können wir die auch nicht benutzen. Tut mir leid, weil die ist auch noch versiegelt. Wollen sie eh nicht, kein Glitzer, aber alles klar. Ich hätte auch kombinieren können, ne? Aber, ne, jetzt will ich auch nicht mehr. So, Smoky Eyes eventuell. Da hätte ich die hier. Da schimmert es auch ein bisschen drin. Ne, da können wir so blau, schwarz, grau, bisschen rot, braun ist auch drin hier, so. Ne, mein Gott, ja, auch noch extra Wünsche. Das sind schwerer Fallen, da merke ich schon. Gott, also brauchen eigentlich nicht mehr wiederkommen, wenn sie, also... Gucken wir's mal, die ist auch sehr, sehr schön, die Palette. Oh, Entschuldigung. Die Farben ist ein bisschen peachiger, als ihr es jetzt durch das Licht sehen könnt. Da war hier auch mehrere glitzernde Eyeshadows dabei. Besonders die zwei, die glänzen auch ein bisschen, da könnte ich was zaubern. Würde ihnen auch gut stehen, auf jeden Fall. Ja, 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 doch, ihnen steht alles. Also man kann eigentlich nicht mehr viel versauen, ne? So wollte ich sagen. Gut. Last but not least. Hab ich hier die Top Beauty Farbpalette. Eyeshadow Palette. Farb Eyeshadow Palette. Top Beauty, ja. Schauen wir mal an, ich gebe alles. Sparkling, Sparkling Star 39 Color Eyeshadow All You Want. Oh, verdammt. So. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wo haben Sie Ihren Lover kennengelernt, also Ihren zukünftigen Ehemann? Wie viel haben Sie zahlen müssen, dass er Sie heiratet oder haben Sie ein Kind untergeschoben oder weswegen heiratet? Ja, Sie. Ja, ich habe immer raus, aber ich muss alles wissen. Das ist wie beim Friseur. Hier, ne? Man muss alles erfahren. So, jetzt, guck mal, hier, guck mal, knallbunt, glitzeriges, nicht glitzeriges, boah, das finden Sie toll. Ja, dann nehmen wir die doch. Warum nicht gleich? Hätte ich mal direkt die gezeigt. Darf ich mir die Farbe aussuchen? Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hier geht innern, nämlich eine helle Farbe. Und zwar rosa. Schließen Sie bitte die Augen sofort. So, auf dieser Seite ebenfalls weg damit. So, do, 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 do. Schaffe ich, kriege ich schon hin, ja. So, dann gehe ich jetzt mal in die nächste dunklere Farbe. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie sehen können, hier hin. Und dann gehe ich mal da so rein, hier. Ich mische die beiden mal. Doch, wird ganz, ganz toll. Tschüss, 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 tschüss. So. Still halten. Und Mund zu. So, den brauche ich gleich nochmal. Jetzt nehme ich ein kleinerer Pinsel. Nee, ich mache das mit den Fingern. Und tupfe dieses glitzerige Eyeshadow mal so mittig aufs bewegliche Glied, wollte ich gerade sagen, Glied. Oh, das wäre, könnte unangenehm werden. Tup, 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 tup. Oh, ich habe immer so gedacht. So, gut. So, gut. Ja, ich mache jetzt. Ja, ich mache jetzt. So, ich mache jetzt mal einen Eyeliner Strich. So, ich mache jetzt alles zacky-zacky gehen. Augen schließen sofort. mit links kann ich ja nicht so gut, aber wird schon werden, ne, oh scheiße, verdammt gut, ne, alles gut, hat geklappt, so, das, kommen wir jetzt mal zur Wimperntusche ja, komm schon, du klamm, du schaust, äh, hin, ja, so, So, bitte die Augen mal auf Halbmaß machen. Genau. Okay, dann gehe ich jetzt mal rüber zur anderen Seite. Und versuche da mal mein Glück. Glück, 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 Glück. So, perfekt würde ich sagen, mehr geht nicht. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Lip Liner, nehmen wir schön rot mit glitzrigem Lipgloss drauf. Habe ich hier gerade zu liegen, also nehmen wir das jetzt mal. Okay, oder ist es pink? Okay, aber ich nehme pink, ist egal. Und einen roten Lippenstifter, das sieht bestimmt herrlich aus. Doch, habe ich schon mal ausprobiert. Ganz bestimmt, kannst du mir glauben. So, dann habe ich hier so eine Lippencremer, eine Lippencremer in einem wunderschönen Matte, rot, 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 rot. Ich bin gleich fertig, das war hier schnell durchgang. Genau. So, das ist hier dieser Extreme Plum and Shine. Irgendwie irgendwie so von Essence, Extreme Plumping. Ganz gleich so dicker Fahrradschlauch, Autoreifen, Lippen, so in der Art. Hot. Freunden Sie schon auf heute Abend? wird bestimmt toll, so wie sie jetzt aussehen so, dann komm her, Schätzelein kriegst du jetzt dicke Lippen also, da geht eh nichts mehr ja, Friseur, irgendwie machen sie da heute noch was, oder? ja, ach, würde ich mir gar nicht so einen Stress machen das ist, ja, Hopfenmalz vergeben und wie gesagt, die sind ja eh in wenigen Stunden stinkstunk besoffen stinkstunk besoffen und, ja, interessiert hat eh keinen mehr, na, gut ja, wir sind jetzt durch, ja, noch ein Primer, na, gut ich weiß noch nicht wofür, schade um das Produkt ja ach, ich reiß mich heute ein bisschen zusammen ich hab keine Lust drüber, meine Energie an sie zu verschwenden wunderbar, mal nicht zu viel an sie verschwenden, na, dann ja, gehen sie mal bei meiner Kollegin bezahlen ist alles wunderbar, na toll, gut ja, Aufnehmerwiedersehen und viel, viel Glück mit ihrer Ehe und ihrem Mann, na ja, ich muss, versteh das noch gar nicht, ne ne, ne, ich muss mir da jetzt, muss erst nochmal in mich gehen weil ich nicht weiß, wie das, wie dieses funktionieren konnte okay, dann adios, na ja, ja, viel Spaß gut mach's nochmal bitte weiter für mich, ja ja, alles klar ich danke dir ciao